Ich bin mir sicher, dieses Spiel hat es vor Quicks gegeben. Der Knizia hat in seiner Festung der Verdammnis gesessen. An seinem riesigen Schreibtisch. Das ist lustig. Und dann hat wieder einmal das Telefon geklingelt. Aber nur nachdem ein Blitz durchgezuckt ist. Knizia! Ja, hallo, Meister. Hier ist der Cosmos Spiele Verlag. Wir brauchen mal wieder ein Spiel. Kein Problem. Dann hat er Einwürfel zur Seite. Ich habe da gerade was fertig. Leider noch schnell Tittenkiller geholt. Das Datum 1992 weggenommen hat. Herr Knizia, was sind Sie für ein Genie? Was zaubern Sie immer alles aus Ihrem Ärmel? Fällt mir alles spontan ein. Komm, wenn du mich schon toppen wolltest, schreibe ich dir jetzt... Das habe ich nicht geschafft, weil du hast doch Knizia. Schreibe ich dir jetzt, schreibe ich dir jetzt, Knizia, das Musical. Denn es war... Denn es war ein Musical. Das Cosmos-Redaktionsteam sitzt da. Wir haben kein Spiel. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir haben kein Spiel. Hilf uns, hilf uns. Schweigen. Nebelmaschine. Dann deine Vision. Deine Vision. Die Tür geht auf. Aber ich muss natürlich jetzt was anderes machen. Ich muss jetzt natürlich was anderes machen. Flammen. Flammen. Das ist eine falsche am Bund. Ich bin reiner, euer Held. Mit meinem Spiel kriegt ihr das Geld. Highscore, Highscore ist das Spiel. Damit verdient ihr ganz viel. Ja, mein Retter, ja, mein Retter. Großartig, du bist so gut. Knizia, das bin ich. Highscore wird das Spiel des Jahres. Und dann kommen... Das reicht eigentlich. Was sollen wir tun? Wir finden es nicht gut. Aber Knizia hat es uns gebracht. Also lieber Herr Knizia, falls du zu und das hat eine große Wertschätzung angelegt. Wir haben nicht viele Leute von der Eigensmüse wiederbekommen. Das ist ja die große Eröffnungsszene. Knizia hat aber auch einen Solo. Wie eine Meinung ist es? Und Knizia hat auch eine eigene Ballade. Knizia hat eine eigene Ballade. Knizia hat eine eigene Ballade in der Mitte des Films, wo er ein bisschen zweifelt an seiner gottgleichen Fähigkeit, Spiele zu machen. Es ist hoffentlich merkt keiner den großen Betrug, dass ich mit dem Knizia-Kniff alle anlog. Niemand erkennt ihn. Er soll das so schlecht kritisiert und in seinem Schulspiel hat er noch mal geschmeißen. Ich hoffe, dass er die Kamera nicht aufgenommen hat. Aber bevor wir noch über Spiele reden, haben wir gleichzeitig mein Po am Mülleimer und mein Kopf an der Tür gestoßen. Das war eine Live-Song. Ich wünsche, davon würde man ein Musical machen. Das war eine Live-Song. Das war eine Live-Song. Das war eine Live-Song.